Wieso es eine gute Idee ist, im Herbst Katzenfutter in deinen Garten zu stellen, verrate ich dir in diesem Video. Bleib dran, um herauszufinden, um welchen kleinen Freund es geht und wie du mit einer kleinen Tat eine große Hilfe sein kannst. Katzenfutter ist eine ausgezeichnete Wahl. Es ist nahrhaft, einfach zu konsumieren und sicher, wenn es richtig angeboten wird. Platziert dieses Futter an einem ruhigen, geschützten Ort in eurem Garten und stellt sicher, dass es frisch ist. Ein Schälchen Wasser nebenbei und ihr seid bereit für die Ankunft eurer Gäste. Außerdem ist es sinnvoll, das Futter abends bereit zu stellen. Damit passen wir uns dem natürlichen Lebensrhythmus unserer geheimen Gäste an. Sie können in Ruhe und Sicherheit fressen, ohne der Gefahr durch Raubtiere oder menschliche Aktivitäten ausgesetzt zu sein. Nun, wer könnte dieser geheimnisvolle Gartenfreund sein? Trommelwirbel bitte. Es ist der Igel. Ja, diese kleinen Gesellen sind wunderbare Gäste in jedem Garten. Indem ihr ihnen jetzt im Herbst helft, könnt ihr einen lebendigen und gesunden Garten fördern. Bevor ihr loslegt, hier noch ein paar wichtige Hinweise. Stellt das Futter so auf, dass es nur für unsere Freunde zugänglich ist. Und achtet darauf, keine Schädlinge anzulocken. Und noch einmal zur Erinnerung. Keine Milch oder Brot. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, welche Fehler deinen Garten über den Winter zerstören können, dann schau dir noch dieses Video an.